Ich habe klärende Worte, liebe Peetzi, du hast verdammt viel Glück gehabt. Vom Stamm der wilden Oberösterreich gekommen, dann bei den Zittlingen der Anderen im Gschertigen erlebend, haben wir uns entschieden, dich in den engsten Kreis der Wenzier-Lehrenbücher aufzunehmen. Ich nehme noch die Angelobung nach §10 Artikel 5, zweites Klügung, viertes Seitel. Ich komme unter Nuchten, ein Achtel weg, zum Beispiel der Stimmbein. Ich weiß, ich weiß. 1, 2, 3. Das darf ich probieren, oder? 1, 2, 3. Das ist mir der Picke schneller. Haken wir ab. So, Peetzi, jetzt muss man nachsprechen. Ich, Peetzi, bin... ... Vielen Dank.